Wie du? Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Horizon und ja, gehen ein bisschen weiter, entdecken die Welt, machen wir hier das Feuer, dann da das da, dann hier das da und ja, wir erkunden heute noch ein bisschen das ein oder andere. Ich finde es cool, wenn wir es heute noch schaffen, bis irgendwo hin. Ja, mal sehen, wir werden dann gemeinsam gleich raus, wenn wir noch ein bisschen was entdecken, das tun wir jetzt. So, das erste haben wir schon mal gefunden, das geht ganz schnell. Das zweite ist da hinten. Manchmal ist es etwas nervig, dass wir da sehr, sehr nah dahin müssen. Was ist das? Das hört sich ein bisschen. Okay, haben wir entdeckt, dann gehen wir gleich mal weiter, denn allzu viel wollen wir uns hier nicht rumtreiben. Sind die uns wohl gesonnen? Nein, sind die... Wow. So, da war doch noch eine Person oder ist die weg? Auch ein paar Pfeile. Schön, dass die... Ich schieße doch gerade, okay, ich drehte mal rum. Okay, dann lassen wir sie da. Feuer haben wir entdeckt, das ist ganz gut. Dann, da waren wir schon beim letzten Mal. Generator brauchen wir hier, um zur Siedlung. Das Generator ist wie so ein Glücksdinkel. Ich hoffe, dass ich gleich hier bin, bevor er guckt. Bitte dreh dich nicht um. Oh, der hat... Genau, was ich brauche. So, hier war'n. Und ist ja noch mehr öklig geworden. So, der ist dann gleich weg. War sie nicht fast, kann ich gut? Hinter uns ist noch jemand? Seh' ich nicht wirklich, man. Die Person. Hm, was die wir gemacht haben. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Das ist ein Stein. So. Hm. Das war's. Können wir gehen. Und zwar in die Richtung. Wir bräuchten vielleicht noch was zum Heilen, aber... Da steuert ein Weg gleich drüber. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt... Hier das nochmal absuchen. Hier kämpfen wir hier. Komm und hol mich. Ich weiß nicht, ob die mit uns... Die Maschine erledigen! Ich hab' mich für einen falschen Gegner entschieden. Okay. instrum. Das war's für heute. ich habe doch gerade einen schönen schlag gemacht so dass du kaputt gehen sollte nicht funktioniert so der ist weg ich sehe die gerade nicht so richtig ich glaube das ist einer okay jetzt wir wieder die sind ein bisschen nervig so er hat noch ein bisschen was rum dass wir natürlich noch gerne alles aufheben die war nervig ach so was wollen wir eigentlich gar nicht sehr schön alle wegschuhlfenster deswegen ist hier eigentlich irgendetwas was hat dir der kampf mit den rebellen marschstieg nicht gereicht was für ein perfektes timing das schicksal führt uns stets im kampf zusammen was ja nicht verkehrt ist du scheinst ja alles im griff zu haben ich sollte jetzt los warte du kannst doch nicht ohne eine siegestrophäe weggehen danke war das eine mission das machen wir mit das kleine feuerchen so hammer ich habe den kettenkratz von zwei außerhalb schwestern gehört die in den westen gezogen sind ich glaube du kennst sie eine von ihnen steht auf explosion wir versuchen uns noch ein ein tahnmodul ich überlege gerade was ein guter weg ist um da hoch zu gelangen damit es entspannt wird und nicht allzu schwierig vielleicht wäre es auch gut gewesen und geschickt gewesen wenn wir da ich meine ist irgendein tierchen denn hier okay den lassen wir in ruhe ich hoffe er lässt uns auch in ruhe nicht dass er da bedarf hat an den ein oder anderen kampf wir fließen schnell weiter ich glaube wir brauchen aktuell nichts von ihnen deswegen lassen wir das mal außen vor hier wird es jetzt ein bisschen spannender weil die krepels tarnen sich aber wo der hat nicht jetzt doch schon kriegt man noch nicht erst getarnt kommt er noch ein stückchen her so dass wir ihn wachsen hauen schlagen und 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 können weiter sehe ich leider gerade nicht wobei da rum leuchtet was ich sollte schock munition nehmen dann generatoren käme ich sehe das leider von hier gerade nicht wo der sein soll dahin geht ja so ein baum ist mir bei letztem gar nicht aufgefallen da ist er ich weiß aber jetzt nicht der sieht ein bisschen komisch aus macht es nicht einfacher den dunkeln zu sehen wir haben 30 fall und der hat mir so gar nicht getroffen kommt er noch mal her so dass wir ihn in stillen schlag angreifen können ich hoffe doch und da funktioniert das nicht weil wir ihn so selten gar nicht sehen ok hat jetzt schock schaden nicht ganz viel aber fast tot das war super super war das super war das und das war perfekt das timing denn wir haben 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 wir So, haben wir das? Wir wollen, einmal auf die Karte geguckt, denn wir wollen nach, ja passt, wir kommen dahin, wo wir hinwollen. Können das mal hier in Hype machen. Uns an Tarn-Montool versuchen. An allen anderen Tieren, die mir jetzt so begegnen, die lassen die mal außen vor. Wir gucken vielleicht vorab nochmal nach dort, dass wir die dann mal von der anderen Seite suchen. Bist du feindlich oder? Sehr schön, haben wir das auch gefunden mit dem Lagerfeuer. Können wir gerne wieder hier hinreißen und dann arbeiten wir nochmal da dran. Ok, da hängt einer, glaube ich zumindest. Feuer bringt dir nichts. Das ist leider zu weit weg, sodass ich momentan nicht sehe, wo das sein sollte. Da ist noch einer. Ach komm, ja. Hm. Hm. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gern einmal hier dahinter. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Leider kein Tarn-Modul. Ich hoffe, dass er gleich hier auftaucht. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ah, schon wieder. Ich dachte, der ist kaputt. Ich mag die nicht. Aber die Waffe auch nicht verkehrt. Hätten wir schon mal er verwenden können? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Du bist sicher die Streitin. Bitte auf ein Wort. Das machen wir später. Das machen wir später. Wir haben erstmal eine kleine Rechnung mit den kleinen Biestern hier unten offen. Deswegen versuchen wir das noch einmal. Das hat mal so gut funktioniert. Und da gab es so viele Versuche, wo es nicht der Fall war. Schade, 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 schade. Was fehlt zum herstellen? Achso, von denen haben wir noch 30. Interessant. Schade, 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 schade. Warum der uns verprifft und wir ihn nicht treffen. So, der ist kaputt. Ähm, anderem sehe ich gerade leider nicht. Eine war es noch. Wir haben irgendwas gefunden, nur nicht das, was wir benötigen. Wo ist der Dritte? Ähm, keine Ahnung. Der wird uns dann erwischen und wir werden dann da sein. Geht voran. Ich hasse die Waffe. Sehr gut, haben wir das zum Tarn gefunden. Das ist die Waffe. Die brauchen wir aber gerade nicht. Ist hier noch einer? Ich fühle mich gerade so beobachtet. Ganz. Hm. Gut, da können wir hinreisen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt laufen. Glaube ich zumindest, dass das mit dem Laufen funktioniert. Oh, ich atme. Na gut. Ja. Das kann ich ja so gut. Ach, der war gut. Achso, was ist jetzt noch ein mehr davon? Schnell wieder heilen. Baum sei Dank. Schön. Das nehmen wir auch mit. Hier unten ist noch ein bisschen was zu nehmen. Oh, nein, da ist noch einer. Ich dachte, das waren nur die drei, aber... Ich dachte, ich bin schön hinterm Baum. Jetzt sehe ich ihn gerade gar nicht. Ah, deswegen. Er ist sehr präsent. Kleines nerviges Ding nur. Das ist jetzt nicht, aber... Ja, nehmen wir auch mal mit. Hier hinten ist noch was. Und hier oben auf dem Hügel, meine ich, lag auch noch irgendetwas rum. Das muss ich natürlich auch sehr gerne einsammeln, wenn wir schon mal erjagt haben. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück nach da. Ja, wir kommen dann gleich. Das hat jetzt unten nicht gekostet. Gucken wir uns eigentlich oben um. Sehr gut, haben wir da wieder ein bisschen was aufgehoben. Oh, was bist du da? Okay. So. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Sind gespannt, was er von uns möchte. Und... Ja. Machen wir gleich. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.